So, gut, nach dem ganzen philosophischen Leben hergeschrieben soll er mal an der Sage steht abgerufen. Hallo, hörst du auf. Halte Freude. Also, wir haben jetzt sehr viel Energie gehalten für den Hochheimer Markt, obwohl es gestern ein bisschen befreiend war eigentlich, weil ich habe zum, glaube ich, 38. Mal Krieg der Sterne geguckt. Und es war wieder ziemlich spannend am Schluss, weil ich ja immer denke, wird dieser Luke Skywalker doch diese kleine Öffnung da treffen, dass dieser Todesstern explodiert. Und es ist jedes Mal wieder, denke ich, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und gestern habe ich gedacht, er hätte es nicht getroffen. Aber zum Glück ist es wieder gut ausgegangen und der Todesstern ist doch explodiert. Also, es ist immer wieder spannend und er kriegt es immer wieder hier. Also, das war jetzt einen schönen Gruß aus dem Ullau. Ich muss echt langsam behalten oder für den nächsten Sommer ein bisschen mehr abnehmen. Wir sehen uns auf dem Gallusmarkt, das wird ja noch ein Mikrum in Hochheim mit Lachen, Paule. Und wir sind ganz stark drauf in Vorbereitung auf der Hochheimer Markt. Jetzt haben wir unsere Woche erholt. Jetzt haben wir so viel Energie. Hier geht die Post ab. Und wir sehen uns. Alles klar, macht's gut. Und das warゆert、 schwer просchneisé. Vielleicht wird das hier klar.